Fahren wir jetzt mit der Caliban? Bis 17 Jahre Fuß, ne? Vor allem schon die Platte. Oh! Kann ich nicht vorstellen. Vor allem als Anlage kann er das nicht machen. Ein Kontakte Anlage von uns, wolle ich bitte hoch... Bitte Antek! Wir können doch unten ein Remi-Demmi machen. Ja ohne Schein, wir können auch unten ein Remi-Demmi machen. Da können die Leute hier oben fern. Genau. Genau. Das ist doch super unten. Ach genau. Ja, aber ist doch gut unten. Geh mal runter. Ja komm, geh mal runter. Komm, ich geh'n unten. Komm, ich geh'n unten. Die Chaos-Taggo-Van verlegt! Ey, Typ! Ja, Trude! Boah! Boah, der Toom ist das! Ja! Boah! 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 Ja, erstmal später, bei. Ja. Ich hole mal. Hahaha! Do Council. Das ist los! No. Fvial시 agach. Ducuz, Selbstm XV. Duomo! Du количе. Kunze, donuts! De Distanz, du czytITeln. Du劫wole zuization, da ist es nicht ganz tief. Ja, immer gutter Dioperate. Kein dent, du��고? Du bist du zum G Giving-D Spike, So, jetzt kommt der Erich. Da bin ich mal gespannt. Der Erich, jetzt haben wir jetzt mal einen hier drin. Ich war gespannt. So, jetzt kommt der Erich. So, jetzt kommt der Erich. So, jetzt kommt der Erich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, rest up, so you, don't open up your eyes, and see, I can be, the one you're there for. Surprise, I fear, no one is safe. No one is safe, no one can hide. Schön off day in Venedig heute, auf dem Weg von Wien nach Mailand. Und hier fühlt sich an, nach den ganzen kalten Tagen und Schnee, die wir hatten, das ist doch, das ist buddelwarm eigentlich. Also, ich könnte durchaus ohne Kapuze und ohne dicke Jacke rumlaufen. Also, voll schön. Aber wie geil, oder? Die Venedig, ich mein, naja. Das ist übrigens die Reisegruppe. Oder Porto Duaro. Haben Sie alle mitgekriegt? Ja, Duaro, boch am Hohre. Wie das? Hunger. Ja? Venedig nach neun hier. Venedig nach neun hier. Alles klar? Ja. Hey, heute spielen die auch Schrei Hulut hier. Ja, sag Tschüss zu deinen neuen Freunden. Die sind immer gut drauf. Die sind immer gut drauf. Die sind einfach gut drauf. Die sind einfach gut drauf. Einfach gut drauf. So wie wir beide. Hier. Hat er mir geschenkt. Das riecht immer. Riecht mal. Der ist echt geil. The gift for you, hat er gesagt. That is a gift for you. Na klar. When I light it up in the van or in the bus. This is a gift for you. And gift means in German poison. Oh, ist das schön. Ne, was ist das schön. Ne, was ist das schön. Wir stehen hier seitens der Ponte di Rialto. Rialto ist ja nur Italien nicht für Anfänger und heißt ja am Punkt der Rialto. Ja, das ist ja so viel für die Fortgeschrittenen. Ja, naja, das war schon so. Das ist wie Lektion 3 Italienisch. El Nino heißt der Nino. Bisschen dunkel, aber Markus Platz in Venedig. Und ein paar Tauben gibt es auch. Aber die habe ich in Düsseldorf auch. Von daher. Und die Cam spiegelt das nicht wirklich da. Also wie schön das hier ist. Also wir haben total milde Temperaturen. Es ist also total erträglich. So im Gegensatz zu Skandinavien und England. Es ist eigentlich schon fast warm. Und, also schön. Also unglaublich. Und das sind immer so diese Momente, wo man eigentlich wehmütig nach Hause blickt die ganze Zeit über der Tour. Wo man dann denkt so, oh man. Irgendwas gibst du daheim auf. Aber dafür hast du hier auch was ganz Schönes. Toll. Suche. Und das ist blindte. ganz depressiv.